Die Hamburger Standesämter möchten ab August 100 zusätzliche Trauungen pro Monat anbieten. Dafür sollen bereits pensionierte Beamtinnen und Beamte oder interessierte Mitarbeitende aus der Verwaltung zusätzlich geschult werden. Auch Politiker wie beispielsweise Senatorinnen und Senatoren sollen nach einer Schulung die Möglichkeit erhalten, Selbsttrauungen durchzuführen. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank möchte beispielsweise künftig hin und wieder selbst ein Paar verheiraten. Bislang bieten die Standesämter monatlich 300 Trautermine an.